Jetzt hier mal. Ach du schon wieder. So. Oh, es geht voran. Fehlt wohl nicht mehr so viel. Bin gespannt, was mir das Gebäude bringt. Vielleicht da schlagartig ein paar Leute aufsteigen. Könnte ich mir vorstellen. Wird es aber höchstwahrscheinlich nicht sein. So, mal kurz wieder checken. Ob irgendwas fehlt. Nö, sieht nicht so aus. So. Jo, aber aufsteigen wollen die Herrschaften auch nicht. Wieso auch immer. Acht Stück von den Gebäuden wollen noch aufsteigen. Jo. Wir haben das Paradies auf Erden erschaffen. Mit deiner Hilfe. Ach ja, die wollen ja Mitbestimmung. Das muss ja auch noch gesättigt werden. So. Vielleicht wollen da noch ein Stück mehr aufsteigen. Oder auch nicht. Du hast ein gutes Gespür, was die Bewohner dieser Stadt brauchen. So. Hm. Ich gebe hier Knete aus ohne Ende. Das spürt man. Aber das Parlamentsgebäude ist eh bald fertig. Hoffe ich mal. Gebäudeauswahl vergrößert. Wirklich? Cool. Flussklärwerk. Boah, plus 300. Wäre das geil, wenn ich das bauen könnte. Aber ich habe ja leider hier keinen Fluss. Wir machen hier keine großen Sprünge, aber wir kommen zurecht. So. Ausreichend erfüllt. Ausreichend erfüllt. Ah, und schon gibt es einen Schub hier, oder wie? Oder auch nicht. So viele Wohnplätze noch unbesetzt. Ja, kein Wunder. Das Zeug ist auch schon wieder fort. Hm. Wenn die mal alle so weit aufsteigen würden. Instruktionspläne, die du vorhin bist, sind beeindruckend. Es ist gleich fertig. Die moderne Bauweise erleichtert so manches, nicht? Nein. Es geht ja noch weiter. Oh, ich drehe durch. Ist da da ewig. Sie haben die Genehmigung zur Fortsetzung des Baus? So, dann brauche ich aber hier noch wieder Holz. Muss ich die wieder aus dem Quark holen. Oh, Menno. Sie haben die Genehmigung zur Fortsetzung des Baus? Aber natürlich. Äußerst beeindruckend. Schon wieder Energieknappheit. Ich drehe hier am Rad. War jetzt noch so ein Solarpark. So. Wenn die jetzt dann noch mehr Strom brauchen. Alle hier glauben an ihre Vision. Das spürt man. Es ist ja abartig. Was bittet sie, drei Ingenieure in Rainbow's End zu finden? Ja, natürlich. Wann finde ich die mal? Mal wieder ein munteres Suchbild spielen? Was? So. Die leuchtenden Figuren wieder suchen. Aber irgendwie finde ich sie schon wieder nicht. Spiel gespeichert. Vielleicht hier? Wie viel muss ich finden? Drei Stück. Warnung. Produktion gestoppt. Die scheiß Molke. Ach, leck mich. Ich suche ihn nicht. Habe ich keinen Bock. Muss ich jetzt hier auch noch die schnellen Straßen bauen? Dann läuft das hier wieder ein bisschen besser. Dann sind die ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht geht es ja dann besser voran. Aber mein Sushi steigt. So wie es sich gehört. Oh Mann, das ist schon wieder alles stehen geblieben. Ich bräuchte noch irgendwo Arbeiterhütten. Das gibt es ja nicht. Okay, da könnte ich noch ein paar bauen. Ein paar wenige. So, da eins hier. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Hoppala. Haben wir aus Versehen weggesetzt. Da muss ich ein bisschen rein zoomen. Dann wird die ganze Sache wieder präziser. Da müssen wir hier halt eine Doppelstraße bauen. So. Vielleicht noch ein paar. Äh, wie sieht es denn hier aus? So. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. noch eins. Aber dann ist bald Schluss. Oh. Da könnte ich auch noch. Ein. Okay. Die haben um den Senat, haben die auch. Gut. Dann weiß ich das auch. Dann kann ich um den Senat rum auch noch ein bisschen was bauen. Wenn's wär. Hoppala. Habe ich wieder nicht nachgedacht beim Bauen. Muss ich hier irgendwo eine Straße rausziehen. So. Es wäre sehr hilfreich, würden Sie sich diese Angelegenheit annehmen. Ach komm. Schmerzlicher Rückschlag. Labert mich nicht zu hier. So. Dann pflanzen wir hier ein paar Häuser her. Weil wir gerade so schön dabei sind. Vielleicht kriegen wir dann noch ein paar Dinge zusammen. Lass mal hier endlich bald mal fertig werden. Das ist seit Jahrzehnten das beeindruckendste Bauvorhaben. Oh krass. Registriere Bedarf an Gemeinschaftszentren. Wow. Ach so. Muss ich euch mal wegreißen. Gigantisch. Wie viele Arbeiter beschäftigen Sie ja. Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung registriert. Ach, nö. Da muss ich wohl noch nicht Strachie rüberbauen, dass die einen schnelleren Weg haben. Da sehe ich leider noch einen Grünstreifen. Jetzt sind die Krankenwägen ein bisschen schneller, hoffe ich mal. So, wie sieht es denn mit dem ganzen Zeug aus? Es geht voran. Hoffe ich mal. Ach, Menno. So, was kriegen wir jetzt? Werkzeuge, Bauzellen. Irgendwie habe ich hier schon wieder Minus. Wieso auch immer. So, Ingenieure wollen keine aufsteigen. Wieso denn das? Wir leben lauter glückliche Menschen und das ist dein Verdienst. Hm. Ich baue hier so viele Wohnhäuser. Aber aufsteigen will hier keiner. Es ist voll Assi. Aber volle Kanne Assi. Alarm, Kriminalitätsrate erreicht kritisches Niveau. Nöööö. Habe ich den Scheiß auch nochmal? Registriere Verschlechterung der Öko-Bilanz. Äh. Ist klar. Muss ich doch nochmal was dagegen tun gegen die schlechte Öko-Bilanz. Kann ich aber nicht, weil mir das Holz ausgeht So Jetzt könnten die Angestellten mal wieder aufsteigen Nirgendwo auf der Welt ist es schöner als hier Die wollen Informationen, wollen sie Informationen, dann bekommen sie Informationen Entwarnung, Kriminalität eingedämmt Äh, zu wenig Baumaterial Kauf mal Holz auch ein Handel, Einkaufen Holz Weil es mir Wurst ist Hat man so ein gewaltiges Plus von dem Zeug Aber trotzdem reicht es nicht Aber das dauert ja eine halbe Ewigkeit Bis ich das aufgebaut habe Produktion gestoppt Hä? Habe ich jetzt zu wenig Kupfer oder was? Ach das kann doch nicht wahr sein Ein Problem nach dem anderen Ich bräuchte noch eine Kupfermine Ach da könnte ich sie herzimmern Jetzt werde ich nicht genügend Rohstoffe haben Nee, ich kann sie nur nicht hier hinbauen Äh Und jetzt habe ich zu wenig Rohstoffe Oder? Weil es lustig ist Nee, habe ich sogar noch Brav So Passt das auch mal wieder? Irgendwie wird mein Geld immer weniger Immer mehr Einwohner Aber immer weniger Geld Ich bin mir gerne Und jetzt habe ich es Ich versuche es Vielen Dank.